Es wäre nett, wenn Sie noch etwas über sich erzählen würden. Ich habe den nötigen Instinkt. Ich bringe auch eine Menge Erfahrung mit. Ich arbeite hart und vertrauenswürdig. Ich bin 50, aber ich bin noch so schnell wie früher. Ich will immer noch weiterkommen. Ich hasse Karaoke. Was ist denn los? Ich möchte lieber bei Dad wohnen. Es war irgendwie so ein Mix aus Brillant und Scheiße. Das war ein Unfall. Was denn für einer? Der Kontakt zu den Mitarbeitern ist sehr wichtig. Sie müssen locker werden. Ich will einen Mann kennenlernen. Wir hatten einen One-Night-Stand. Das ist viel besser als fernzusehen. Er war mittelgroß und ziemlich weit. Zwei Augen, zwei Ohren. Wir sollten einfach James dazu bringen, ein Selfie zu machen von seinem Penis. Das war doch Märchenstunde. Und in 72 Stunden kommt er vor den Haftrichter oder er darf gehen. Ich muss mich zwischen Rachel und Janet entscheiden. Ich möchte, dass die ganze Umgebung abgesucht wird. Vereinfacht formuliert ist, dass Opfer einem Schlag auf den Kopf mit einem großen Leib Käse erlegen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.